Hallo und willkommen bei Mythos Mahlzeit, dem Ernährungspodcast empfohlen von der AOK. Ich bin Johanna Beyer, Wissenschaftsjournalistin mit Liebe zur Ernährung und das schon viele Jahre, eigentlich mein ganzes Leben lang. Mehr über mich finden Sie im Internet auf meinem eigenen Blog Quark und so. Hier in Mythos Mahlzeit wollen wir Licht in die, ich nenne sie mal Blackbox Ernährung bringen, also den Wirrwarr an Ratschlägen und Studienmeldungen entknoten, die unseren Alltag fluten. Wonach sollten wir uns beim Essen richten? Nach dem, was Oma noch wusste? Oder nach Influencern? Oder nach offiziellen Empfehlungen? Wer kennt die überhaupt? Und wie hängen Ernährung und Gesundheit zusammen? Kann Essen wirklich Medizin sein? All das und mehr will ich mit Expertinnen und Experten besprechen. Jetzt lade ich Sie ein, ein bisschen mitzuhören und mitzudenken, wenn Sie verstehen wollen, was wirklich hinter der sogenannten gesunden Ernährung steckt. In dieser Folge sprechen wir über Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, so wie in der folgenden Folge. Das war die drei. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Kehrseite. Wie kommt es, dass Menschen zu wenig davon aufnehmen? Zum Beispiel durch einseitige Ernährung, durch zu wenig Kochwissen oder durch Armut, Ernährungsarmut. Wir leben im Überfluss und haben genügend auch billige Lebensmittel. Trotzdem gibt es bei uns auch Mangel. Zu Gast ist heute ein internationaler Experte für dieses Thema, Prof. Dr. Hans Konrad Biersalski. Er ist Professor für Ernährungsmedizin, Mitglied der Expertengruppe zu globaler Ernährungssicherheit bei der Weltgesundheitsorganisation, WHO, und war im wissenschaftlichen Beirat des Bundesernährungsministeriums. Der Untertitel eines seiner Bücher lautet Versteckter Hunger. Satt sein ist nicht genug. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, lieber Herr Prof. Biersalski. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, freue ich mich auch. Grüße Sie und bin auf Ihre Fragen gespannt. Wir haben uns auch dieses Mal auf der Straße umgehört und gefragt, wie Menschen versuchen, ihren Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zu decken und was bei ihnen dafür auf den Teller kommt. Ich hatte einen ganz starken Eisenmangel. Das hat dann aber erst die Ärztin rausgefunden. Dann wurde Blut abgenommen und seitdem nehme ich Eisentabletten. So da ich feststellen musste, dass ich gegen verschiedene Stoffe allergisch bin, kann ich durch gezielte, ausgewogene Ernährung meinen Zustand erheblich verbessern. Es gab ja hier den Film Super Size Me. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber ich sage mal, eine ausgewogene Ernährung ist definitiv gesünder, als wenn du dich jetzt die ganze Zeit nur von irgendeinem Fertigphase ernährst. Ich hatte als Kind einen Eisenmangel. Also ich habe Eisen genommen, Tabletten und dann ist es weggegangen. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Da war ich noch zu ihm. Nein, ich hatte noch keinen Mangel, soweit ich weiß. Kann mich nicht daran erinnern. Wenn ich jetzt nur irgendwie auf Vitamin C und Orangen gehen würde, kann es mal irgendwie eine Zeit lang reichen. Aber es reicht eben nicht auf Dauer, sondern es ist wirklich glaube ich einfach bunt, grün, gelb, rot, blau. Ja, wir haben gehört, dass Menschen sich schon damit beschäftigen, wie sie Mangel ausgleichen oder genügend Vitamine, Spurenelemente zu sich nehmen. Grundsätzlich ist es aber so, Herr Professor Wesalski, dass in Deutschland doch eigentlich niemand hungert. Was versteht man unter verstecktem Hunger und wie kann es trotzdem zu Mangel kommen? Also, dass niemand wirklich hungert, würde ich unterschreiben. Ich würde mal sagen, gibt ein paar Ausnahmen. Alte Menschen, die allein leben, da hat man das beobachtet. Und Hunger verbinden wir natürlich damit, dass Menschen mager sind. Und was ist verborgener Hunger? Der ist in zweierlei Hinsicht verborgen. Er ist einmal dahingehend verborgen, dass die Menschen nicht hungern müssen. Sie sind satt. Aber was verborgen ist, ist das Fehlen von Vitaminen, Mineralen oder Spurenelementen. Das ist je nachdem, wie sich die Menschen ernähren oder was sie essen, kann das ganz unterschiedlich sein. Genau, da hatten wir einen jungen Mann dabei, der gesagt hat, ich hatte als Kind Eisenmangel. Ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Nachher ging es weg, hat er ja gesagt. Wie kann es bei einem Kind zu so einem Eisenmangel kommen? Das ist insofern eine wichtige Frage, als bei Kindern gerade durch die Gehirnentwicklung, durch die rasante, sehr viel Eisen gebraucht wird. Und wenn die Eisenversorgung nicht ausreichend ist, dann kann das passieren, dass die Mangel entwickeln. Wenn sie dann älter werden und sich dann anders ernähren, kann es auch sein, dass er wieder weggeht. Nochmal kurz zu Ihren Ursprüngen oder Anfängen mit dem Thema. Sie haben ja da eine große Karriere hinter sich. Wie sind Sie eigentlich auf das Thema gekommen, dass es auch in Deutschland, in einem reichen Land, solche Mangelzustände an Vitaminen geben kann? Dass man in armen Ländern da guckt, leuchtet ja ein. Aber wie sind Sie darauf gekommen, dass man auch in Deutschland darauf achten muss, dass Menschen genügend Spurenelemente, Mineralstoffe zu sich nehmen? Also ursprünglich, ja, habe ich durch Studien in Äthiopien gesehen, was passiert, wenn Kinder nicht ausreichend ernährt werden. Also auch da spricht man durchaus von verborgenem Hunger. Und ich habe dann verschiedene Publikationen aus USA gesehen, wo darauf hingewiesen wurde, dass die arme Bevölkerung damit tatsächlich ein Problem hat. Und dann kam eine Studie eines Tübinger Soziologen, der beobachtete, dass Kinder, die in armen Verhältnissen leben, in Brandenburg gegen jeden Trend kleiner werden. Und das ist ein sehr typisches Zeichen für den verborgenen Hunger. Da habe ich dann begonnen, mich etwas intensiver mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Nun ist Hunger bei uns in der Alltagsvorstellung verbunden mit, ja, satt sein, genügend Kalorien. Also auch in ärmeren Ländern haben die ja durchaus viele Kalorien durch Weizen, Getreide, Hirse, Reis. Was genau trägt dann dazu bei, dass es diesen Mangel gibt? Das eigentliche Thema ist, dass es eben nicht ausreicht, nur satt zu sein. Man weiß aus Ländern mit niedrigem und auch mittlerem Einkommen, wenn sich die Menschen vorwiegend von dem dort sehr preisgünstigen Getreide und Getreideprodukten ernähren, dass sie zwar satt sind. Und wenn wir schauen, wenn jetzt zum Beispiel in Ernährungskrisen wird in erster Linie Getreide geliefert, ja, es wird Reis oder stärkerhaltige Produkte, damit die Menschen satt sind, zunächst mal. Das ist aber ein Trugschluss, weil im Getreide sind so gut wie keine Mikronährstoffe. Je nachdem, wo es herkommt, ist mehr oder weniger Eisen oder Zink drin, aber die Aufnahmefähigkeit des Organismus von Mineralen aus pflanzlichen Lebensmitteln ist ganz schlecht. Das heißt, wir brauchen die tierischen Lebensmittel, wo eben das Eisen dann in besser verfügbarer Form drin ist. Sie sprechen die Bioverfügbarkeit an. Das ist ja ein Fachbegriff aus der Ernährungswissenschaft. Wir haben dazu einen kleinen Erkläreinspieler, damit wir auch verstehen, was dieses Wort bedeutet. Die Bioverfügbarkeit ist ein Messwert, der angibt, wie gut der Körper Nährstoffe aus Lebensmitteln verwerten kann. Das ist nicht immer gleich, denn andere Stoffe, die wir aufnehmen, können das verhindern oder verbessern. Für den Messwert spielt zum Beispiel eine Rolle, wie gut der Nährstoff, etwa Vitamine oder Proteine, im Magen-Darm-Trakt aus dem Lebensmittel gelöst werden kann. Zweitens ist wichtig, in welchem Maß er aufgenommen und im Stoffwechsel genutzt wird. Ein paar Beispiele. Damit unser Körper Eisen gut verarbeiten kann, ist etwa Vitamin C günstig. Um die Vitamine A, E und D zu nutzen, müssen sie mit Fett zusammen aufgenommen werden. Und bei Proteinen gilt, aus Fleisch oder Eiern sind sie für den Körper leichter zu verwerten als aus Pflanzen. Sie haben es ja eben schon angesprochen, Herr Professor Bersalski, tierische Lebensmittel braucht der Mensch, um alle Stoffe zusammenzukriegen. Nun gibt es bei uns doch gerade den Trend, dass wir noch mehr pflanzliche Produkte zu uns nehmen können. Pflanzenbasierte, pflanzenbetonte Ernährung, viel Vollkorn. Wie passt das zusammen? In den offiziellen Empfehlungen zumindest. Ja, man muss da zunächst mal zwei Dinge unterscheiden. Also ganz besonders Kinder und Jugendliche, die im Wachstumsphasen sind, die brauchen auf jeden Fall tierische Produkte. Das sagen auch die internationalen Fachgesellschaften. Wer sich als Erwachsener vegan ernährt und sich sehr gut auskennt, wobei man aus verschiedenen Studien, die anonym gemacht wurden, erfährt plötzlich, dass die meisten Veganer Supplemente nehmen. Also Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel. Weil ihnen offensichtlich doch bewusst ist, dass das ein bisschen besser wäre, wenn sie das täten. Und von daher müssen wir jetzt, bei Veganern ist immer nur das Bewusstsein für das Vitamin B12. Was völlig vergessen wird, ist das Thema Bioverfügbarkeit. Das ist eben einfach für verschiedene andere Minerale und auch Vitamine bei veganer Ernährung schlecht. Und da besteht auch auf der wissenschaftlichen Seite durchaus Einigkeit, dass das kritisch ist. Nun sind Veganer eine Gruppe, denen ja oft auch ausdrücklich von Ärzten oder Ernährungsberaterinnen empfohlen wird, dass sie was nehmen können. B12, Eisen, Zink, glaube ich auch Kalzium. Grundsätzlich gelten aber so allgemeine Ernährungsempfehlungen ja für alle. Besteht denn da jetzt auch, sag ich jetzt mal, die Gefahr, dass durch diese starke Pflanzenbetonung eventuell bestimmte Nährstoffe zu kurz kommen? Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Es kommt halt sehr darauf an, wie ich mich ernähre, wie ich meine Ernährung zusammensetze. Also ich würde sagen, eine sogenannte flexitarische Kost, wo ich zum Beispiel sage, einmal in der Woche Fleisch und einmal Fisch, das kann, wenn ich mich auskenne, durchaus gesund und ausreichend sein. Und es ist ja auch nicht so, dass sich eine Unterversorgung ganz plötzlich entwickelt. Sie kann sich entwickeln, wenn ich plötzlich mehr Vitamine brauche, zum Beispiel wenn mein Immunsystem besser arbeiten muss. Thema Corona. Dann macht sich sowas bemerkbar, wenn ich im Grunde genommen so am unteren Rand der Versorgung stehe, die ich haben sollte. Dann spielt das Alter eine Rolle. Alte Menschen brauchen auf jeden Fall mehr Nahrungsqualität, sprich mehr Inhaltsstoffe, Mikronährstoffe als Energie. Und da sind wir dann bei dem großen Thema Mangelernährung bei alten Menschen, die eben dadurch kommt, dass eben eine qualitativ gute Ernährung einfach etwas teurer ist. Die essen ja auch einfach weniger. Die haben weniger Hunger. Der Verdauungstrakt baut sich ab. Die Enzyme werden nicht mehr richtig ausgeschüttet. Also da gibt es, glaube ich, ein großes Feld. Uns interessiert ja auch natürlich das Thema Kinder, Kleinkinder. Da gibt es sicherlich viele Eltern, die aufgeschreckt sind durch Warnungen. Bloß nicht zu früh Milch, bloß nicht zu früh Fleisch, bloß nicht viel Fleisch. Das würde mich nochmal interessieren. Wie sehen Sie das mit der Versorgung durch tierische Lebensmittel? Sie haben ja gesagt, die sind wichtig im Kleinkindalter. Wofür genau sind die wichtig? Fürs Wachstum, fürs Gehirn? Was spielt da die größte Rolle? Also sicherlich mit einer der wichtigsten Elemente im Kleinkindalter ist Eisen und Zink. Sicherlich auch die Vitamine. Aber die lasse ich jetzt mal außen vor bei Eisen und Zink. Bei Zink weiß man, es geht auf verschiedene Wachstumsfaktoren, die Zink brauchen. Und das Eisen ist wichtig, damit die Nervenfasern sich mit einem Mantel umgeben können, der dann sicherstellt, dass die Nervenleitgeschwindigkeit und auch die Funktion der Nerven sichergestellt ist. Das genügt also nicht, den Kindern im guten Vorsatz, sie gesund zu ernähren, eine vegane Kost anzubieten und völlig auf Fleisch zu verzichten. Eisen ist in Milch relativ wenig drin. Wichtig auch, in der Muttermilch nimmt der Eisengehalt ab dem dritten Stillmonat ab. Und die amerikanischen Kinderärzte sagen auch ganz klar, die gehen noch weiter. Die gehen so weiter, sie sagen, ein Kind in der Entwicklungsphase braucht zusätzlich sieben Milligramm Eisen. Das kriegen sie bei einer ausgewogenen Kost, wo eben auch Fleisch mit drin ist. Und da kann man immer wieder nur darauf hinweisen, für ein Kind im Wachstumsalter ist eine vegane Ernährung absolut unzureichend. Sie haben das jetzt angesprochen, dass eine kritische Phase im Lebensalter bis zu drei Jahren besteht, besonders für die Gehirnentwicklung. Vielleicht hören wir uns von Bernd nochmal kurz an, dieses kritische 1000-Tage-Fenster, was das bedeutet. Die ersten 1000 Tage eines Kindes von der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag sind prägend, vor allem für das Gehirn. Es verdreifacht nach der Geburt sein Gewicht. Nervenzellen und Nervenverknüpfungen wachsen, verschiedene Regionen formen sich aus. All das ist wichtig, um laufen und sprechen zu lernen, auf die Umwelt zu reagieren und zu kommunizieren. Eine kritische Phase. Ein Baby braucht in dieser Zeit nämlich die richtigen Nährstoffe. Fett und Protein, genügend Energie und alle Vitamine. Fehlt zum Beispiel Vitamin B12, folgen Gehirnschäden und Entwicklungsstörungen. Für Säuglinge, aber schon für das Ungeborene ist auch wichtig, wie die Mutter sich ernährt. Herr Professor Besalski, was sind denn die Anzeichen für so einen versteckten Mangel? Also ich glaube, kein Elternpaar, keine Mutter, kein Vater möchte sein Kind extra, ich sag jetzt mal, mangelhaft ernähren. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und geben ihnen auch genug aus ihrer Sicht. Aber wie fällt denn auf, was sind denn die Anzeichen, wenn etwas in der Ernährung nicht stimmt? Ganz, ganz schwer zu sagen. Das ist genau auch der Grund, warum man von verborgenem Hunger spricht. Eines der Anzeichen ist, wo Kinderärzte darauf achten können und darauf achten sollten, ist ein verzögertes Längenwachstum. Wenn die Kinder also klein bleiben, sich nicht richtig in der Länge entwickeln. Die können durchaus normal bis zu viel Gewicht haben. Das ist das eine, worauf man achten kann. Man sieht es oft nicht. Deswegen heißt das verborgener Hunger, weil man die Folgen des verborgenen Hungers, das hat sich auch aus der Studie in Brandenburg ergeben, erst sehr viel später sieht. Was sieht man da? Also können die bestimmte Leistungen schlechter erbringen, lernen, schlechter konzentrieren, sich schlechter ergibt es da? Also auffällig ist bei Kindern mit Mangelernährung, man hat das, da es da am häufigsten vorkommt, eben in Familien mit geringem Einkommen sich angesehen, sind Entwicklungsstörungen, die darauf hinweisen, dass ein bestimmtes Hirnareal nicht richtig versorgt wurde, der sogenannte Hippocampus. Und die Folge davon sind Entwicklungsstörungen beim Spracherwerb. Es liegt, wie die amerikanischen Kollegen festgestellt haben, nicht am Wortschatz. Also die Aussage, da wird zu Hause nur auf Fernsehen geguckt und die hören zu wenig, die greift da nicht. Sondern es liegt einfach daran, dass dieser Hippocampus dafür da ist, Neues aufzunehmen und dann entsprechend weiter zu vernetzen mit anderen Hirnarealen. Und dazu gehört die Sprachentwicklung. Und in Brandenburg die Studie hat jetzt zunächst mal nur gezeigt, dass die Kinder kleiner sind. Das spricht schon dafür, dass da was nicht stimmt. Und holen dieses Kleinsein nach dem fünften Lebensjahr auch nicht mehr auf. Bleiben also klein. Jetzt gibt es ja die Schuleingangsuntersuchungen, also mit sechs Jahren Test der Schulreife. Da werden die körperlichen Merkmale geprüft. Da wird auch so ein bisschen die geistige Entwicklung abgefragt. Muss man da mehr auf den Ernährungszustand achten? Das wäre mal das eine, was wichtig ist. Aber weil Sie das gerade erwähnen, dieses Kollektiv der Kinder in Brandenburg, wahrscheinlich dasselbe Kollektiv, ohne dass die Autoren das wussten, da hat man die Einschulungsuntersuchungen veröffentlicht. Und da zeigt sich, dass Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen bis zu zehnmal häufiger an Sprachentwicklungsstörungen leiden. Und da ist man nicht auf die Ernährung gekommen, sondern hat das eher auf die Eltern zurückgeführt, die keine Zeit haben, die Kinder zu wenig anregen. Und die Ernährung ist da unterbelichtet. Kann man das so sagen? Die Ernährung ist überhaupt nicht belichtet. Nicht nur unterbelichtet. Sondern man hat immer wieder gesagt, das ist das Umfeld, das ist der Stress der Kinder, das ist das Verhalten der Eltern. Und das wird extrem stark verallgemeinert. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass solche Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, die sich dann in die ganze Schulzeit hineinstrecken, natürlich auch auf das Umfeld der Kinder zurückzuführen sind. Aber wenn ich überlege, wie kann ich den Kindern helfen, wo ich am schnellsten was machen kann, ist, indem ich ihnen eine vernünftige Ernährung anbiete oder die Möglichkeiten gebe dazu. Gibt es eine Zahl, von der man sagen kann, die benennt ungefähr, wie groß das Problem in Deutschland ist, wie viele Millionen oder Hunderttausende Kinder das sind oder Prozent? Da gehen wir von etwa einer Million Kinder, 1,2 Millionen Kindern aus. Über 50 Prozent der Kinder lebt in Haushalten mit Alleinerziehenden, kommt dann nochmal dazu. Und die meisten Kinder bleiben mindestens drei Jahre und länger in Armut. Ist also nicht so, dass das ein vorübergehender Zustand ist, weil die Frage oft gestellt wird. Selbstverständlich hat auch der Anteil an Migranten jetzt dazu beigetragen, dass die Zahl der Kinder oder Familien, die in relativer Armut leben, zugenommen hat. Aber wir haben dieses Problem mit Kindern in Armut schon lange vorher gehabt. Also mich überrascht das jetzt ein bisschen, dass die Ernährung und die Ernährungsarmut doch so viele Kinder betrifft. Die Frage ist, woran liegt das mit der Ernährung? Liegt es am Geld? Liegt es vielleicht auch am Kochwissen? Liegt es an der Zeit? Wie kommt es, dass es dazu Schwächen in der Ernährung dann kommt? Das Problem liegt im Grunde genommen darin, dass die zur Verfügung stehenden Mittel, und das lässt sich, da gibt es genügend Studien inzwischen, so auch in Deutschland, nicht ausreichen, um eine qualitativ ausreichende Ernährung für ein Kind sicherzustellen. Und dann haben wir genau das, was wir in den Ländern mit geringem Einkommen haben. Die Eltern versuchen, dass die Kinder satt sind. Nichts ist schlimmer als ein hungriges, quengelndes Kind abends, dass sie satt sind. Und dann wird auf Convenient Food, das wird auf Nudeln, weil sie billig sind, auf Reis, auf Kartoffeln zurückgegriffen. Und die Eltern glauben dann noch, das wäre das Beste, weil Pflanzen betont und weil Getreide. Ja, das kommt nochmal dazu. Und sie haben ein anderes Argument, da kriege ich immer die Krise, wenn ich das höre. Es läge daran, dass die Menschen nicht kochen können. Das kann nur jemand sagen, der noch nie in so einer Familie drin war, der auch selber, würde ich mal sagen, vielleicht gut kochen kann. Aber mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, um das mal klar zu machen, für ein Kind bis zum sechsten Lebensjahr hat man drei Euro am Tag. Probieren Sie doch mal mit drei Euro Tag für Tag. Das sind 150 Euro im Monat. Da kann ich nur denjenigen empfehlen, so dann geht er mal einkaufen und dann macht er mal jeden Tag ein anständiges Essen. Funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Und es liegt auch nicht daran, dass die Kinder das nicht essen wollen. Da kommt immer das Argument, Kinder wollen kein Gemüse. Es muss ja auch kein Gemüse sein. Wenn ich das abwechslungsreich mache und die Möglichkeiten habe, auch abwechslungsreich einzukaufen, ist das alles kein Problem. Diese Alternative hat ein armer Haushalt eben nicht. Ernährungsarmut definiert sich darüber, dass ich zu dem preisgünstigen Essen, was ich anbieten und einkaufen kann, keine Alternative habe, um die Qualität zu verändern. Also zu wenig Abwechslung, zu wenig Vielfalt insgesamt. Was könnte denn da jetzt die Lösung sein? Gibt es eine Lösung? Einfach mehr Geld? Es gibt eine Lösung und da gibt es die Hohenheim Declaration, die von 200 internationalen Wissenschaftlern unterschrieben ist und die als Maßnahme ganz direkt sagt, die einzig wirklich sichere, schnelle und gut durchsetzbare Maßnahme ist kostenlose Ernährung in Kitas und ganz hartstuhl. Und zwar für alle. Also in Deutschland gibt es das schon auch in den einzelnen Bundesländern für bedürftige Kinder, aber eben nicht für alle. Es gibt ja auch Eltern, die ihre Kinder da abmelden, weil sie zum Beispiel die Kinder vegetarisch ernähren wollen oder weil die Kinder kein Schweinefleisch essen sollen aus religiösen Gründen. Das kann man ja machen. Das kann man ja alles machen. Es geht grundsätzlich darum, dass die Länder und da ist natürlich auch die Bundesregierung gefragt, das mit zu unterstützen, dass die Länder sagen, jawohl, wir führen das für unsere Kinder in Kitas und Ganztagsschulen bis zum bestimmten Alter oder auch darüber hinaus ein, kostenlose Ernährung. In Berlin gibt es das bereits. In Berlin ist das Essen, soweit ich weiß, zumindest mal in Kitas, glaube ich, und in der Grundschule frei. Ja, da hat man das durchgesetzt. Also ich will mich nicht festlegen, aber das habe ich jetzt gehört. Und in Schweden, Norwegen, Finnland gibt es das seit vielen, vielen Jahren. Und die haben uns deutlich vor Augen geführt, dass die Ausgaben im Gesundheitswesen deutlich zurückgegangen sind, sodass sich so eine Maßnahme wirklich rechnet. Wenn Sie sagen, kostenloses Kita und Schulessen zumindest bis zum Ende der Grundschule wäre die richtige Lösung. Haben wir es ja zum Beispiel da auch mit Empfehlungen zu tun, etwa von der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da gibt es zum Beispiel ausdrücklich wenig Fleisch. Also maximal einmal die Woche Fleisch und Wurst steht in den Kita-Standards der Gemeinschaftsverpflegung der DGE. Oder halt zweimal im Monat mageres Fleisch. Also da ist relativ wenig drin. Wie kommt die DGE zu dieser engen Eingrenzung? Sie haben ja jetzt darauf hingewiesen, dass gerade Fleisch, aber auch tierische Lebensmittel doch durchaus wichtig sind. Weil die DGE offensichtlich den Fehler macht, Empfehlungen für Erwachsene auf Kinder zu übertragen. Denn das zeigt sich daran, dass sie als Begründung für den geringeren Fleischverzehr das höhere Darmkrebsrisiko anführt. Also mir ist keine Studie bekannt, die bei Kindern, die Fleisch essen, ein höheres Darmkrebsrisiko gezeigt hätte. Zumal auch das alles sehr relativ ist. Die berühmten Studien, die es dazu gibt, die werden sehr kritisch diskutiert. Das heißt, die DGE müsste sich mal sehr grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen, wie muss denn eine gesunde Ernährung für ein Kind aussehen und diese Qualitätskriterien dann wirklich anwenden. Jetzt sollte man meinen, dass eine Fachgesellschaft oder wir haben ja auch noch andere Fachgesellschaften, das Institut für Kinderernährung oder das BZFE, Bundeszentrum für Ernährungsforschung, dass die eigentlich wissen, was Kinder brauchen. Wie kommt es dazu, dass diese Kriterien dann aus ihrer Sicht zumindest vielleicht nochmal geprüft werden müssten? Das hat vielerlei Ursachen. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird es kritisch. Das liegt an dem teilweise dogmatischen Denken. Es liegt auch daran, dass bei der DGE und bei vielen immer noch die Meinung herrscht, ein Vitaminmangel muss ich erst dann behandeln, wenn ich ihn sehe. Sprich, Rachitis, Skorbut und und und. Genau, Rachitis, gebogene Beine, Skorbut, die Zähne fallen aus. Das sehen wir ja alles nicht. Ja, ja, die Seeleute, die kein Vitamin C hatten. Das Problem ist ein bisschen, dass wir längst wissen, dass lange vorher bereits Erkrankungen oder auch Symptome auftreten, die man oft nicht mit so einem Mikronährstoff in Verbindung bringt. Ja, weil man sich nicht dafür interessiert hat, sondern immer nur aufs Ende geguckt hat. Ich bringe mal ein Beispiel. Das Nierenversagen ist der Endzustand einer chronischen Nierenerkrankung, die über viele, viele Jahre geht. Die teilt man in fünf Stufen ein. Und erstaunlich ist, dass die meisten, die bereits Stufe 3 haben, wo die Nierenfunktion schon wirklich eingeschränkt ist, das nicht wissen. Weil es macht keine, es tut nichts weh. Ja, aber irgendwann geht es weiter. Und so ist es eben bei den letztendlich bei Vitaminen auch. Und kommt hinzu, dass die Empfehlungen, die wir haben, Mittelwerte aus Schätzungen sind für gesunde Erwachsene. Ja, und extrapoliert werden auf Kinder. Wir haben keine wirklich guten Bioindikatoren, um eine Unterversorgung frühzeitig zu erkennen. Das Einzige, was wir haben, ist einfach die Frage, wie ernährt sich jemand? Und daraus abzuleiten, also hier könnte es ein bisschen eng werden, hier solltest du mal drauf achten, hier solltest du diesen jenes tun. Und ich rede nicht über Nahrungsergänzungsmittel, sondern darüber, dass wir das mit Ernährung durchaus hinkriegen können, wenn wir es bezahlen können. Womit wir wieder bei der Ernährungsarmut wären, bei Kindern, aber auch ganz stark bei alten Menschen. Nun gibt es ja auch Eltern, die auf bestimmte Ernährungsformen Wert legen. Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, die vegane Ernährung, auch vegetarische Eltern. Da kommt es ja auch darauf an, was die Eltern selbst gerne mögen. Also das geben sie ja an das Kind weiter. Wie soll man das denn einschätzen oder dann auch, sagen wir mal, mehr Ernährungsbildung für Eltern zur Verfügung stellen, damit man ihnen sagen kann, okay, was ihr esst als Erwachsene, ist das eine, aber euer Kind braucht vielleicht was anderes. Wie wäre da der Weg? Ja, schwieriger Weg. Also ich sage immer, vegane Ernährung ist ein absolutes No-Go. Da haben wir zwar Lobbyisten in Deutschland, die das immer wieder unterstreichen, aber die Argumente, die sie haben, sind ausspornschwach. Eine vegane Ernährung auch in der Wachstumsphase bis zum 18. Lebensjahr eigentlich, ist eine ganz kritische Komponente. Und die vegane Ernährung aus Gründen der Gesundheit zu machen, das ist aus meiner Perspektive der falsche Ansatz. Wenn ich es aus Gründen Ethik und Moral mache, dann kann ich darüber diskutieren, dass ich sage, gut, wenn du nicht willst, dass Tiere getötet werden, ist das eine, aber dann ist wenigstens Milch und Käse. Und was Kinder angeht, das ist für Menschen, die nun absolut nicht belehrbar sind, die sich nicht belehren lassen wollen, dann sage ich immer, es gibt vitaminhaltige Säfte für Kinder. Dann wenigstens die einmal am Tag ein Glas Saft, nicht der selbst gebastelte Saft. Da ist auch wieder kein Eisen und kein Zink und vieles andere nicht drin. Was nicht heißt, dass die Kinder nicht Obstsäfte haben sollen und Ähnliches. Aber damit kann ich ein bisschen was kompensieren. Und das denke ich, ist einfach wichtig, dass ich mir klar mache, dass so ein wachsender Organismus einfach sehr viel braucht. Jetzt kommen wir ja über dieses Thema doch wieder zu dem Problem, das wir alle lösen müssen, nämlich Klimaschutz, Tierzucht, tierische Lebensmittel, die viele Ressourcen verbrauchen. Wenn Sie sagen, wir brauchen tierische Lebensmittel und auch Fleisch und einen großen Umfang davon oder ein Gewissen für alle, wie lösen wir denn dieses Problem der schwindenden Ressourcen auf dem Planeten? Also ich will nochmal zum Thema Fleisch was sagen. Wenn ich Fleisch, würde ich sagen, einmal in der Woche eine gute Portion, ist durchaus vernünftig. Wobei ich da eher zum roten Fleisch tendiere, weil da einfach mehr Eisen drin ist. Wenn also der Fleischverzehr deutlich zurückgefahren wird, hat das ja schon einen Effekt. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Es ist ja nicht nur das Fleisch, es ist vorwiegend auch die Milch. Die Milch Produktion, die Methangase, die dadurch entstehen, die einen Effekt aufs Klima haben. Da gibt es ja auch viel Kritik. Und auch da muss ich mir überlegen. Man kann so argumentieren, kein Erwachsenstier trinkt Milch. Und deswegen hat die Natur ja die berühmte Laktoseintoleranz entwickelt, die wir früher alle hatten. Wir haben uns nur adaptiert an den Milchverzehr. Ich würde sagen, den Milchverzehr, den kann man deutlich einschränken. Es spricht nichts dagegen, wenn ich Joghurt immer wieder mal esse. Aber zum Beispiel der tägliche Milchverzehr, das brauchen auch Kinder nicht. Jetzt kommt die Calcium-Diskussion wegen der Osteoporose-Gefahr. Die Knochendichte ist Mitte 20 abgeschlossen. Und ich kann viel Calcium dadurch kriegen, indem ich bestimmte calciumhaltige Mineralwässer trinke. Das muss nicht die Milch, weil das immer das Hauptargument ist. Das muss es nicht sein. Also die Lösung für das Klima-Dilemma wäre aus Ihrer Sicht, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Milch, aber einfach nicht so viel davon. Einmal die Woche, Rückkehr zum Sonntagsbraten, sage ich jetzt mal. Also damit könnte man auch sehr stark auf Klima und Umwelt reagieren, Rücksicht nehmen, ohne dass man zum Beispiel Fleisch und Milch ganz aus der Ernährung schmeißt. Ja, also deswegen habe ich ja gesagt, Flexitaria. So würde ich mich auch selbst bezeichnen. Fleisch, ja, einmal in der Woche. Also ab und an mal Fleisch, ab und an aber auch mal Fleischersatzprodukte, zum Beispiel aus Soja oder Erbsen-Protein mit ein paar Zusätzen. So kann man es mischen. Da würde ich Sie gerne nochmal direkt fragen, wie sieht Ihrer Meinung nach eine gesunde Ernährung aus? Also meine Definition, wobei es ist nicht meine, sondern einer wirklich guten Freundin, war die ganz pragmatisch in diesem Fall, eine gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die nicht krank macht. Das heißt eine Ernährung, die nicht extrem fettreich, extrem zuckerreich ist, das ist mal das eine, wo jeder dran denkt, aber der auch nicht einzelne Mikronährstoffe verfehlen. Es gibt im Übrigen auch kein ungesundes Lebensmittel. Es gibt einen ungesunden Umgang mit Lebensmitteln. Wenn ich dauernd Burger futtere, ist das genauso schlecht, wie wenn ich ununterbrochen nur Brokkoli esse. Und letztendlich ist die einzige Empfehlung, die ich geben kann, so oft wie möglich mischen. Immer was anderes probieren. Ja, Herr Professor Bessalski, wir sind am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt alle sehr viel mitgenommen, dass vor allen Dingen auch in Deutschland versteckter Mangel herrscht. In einer recht großen Gruppe, 20 Prozent aller Kinder, das finde ich enorm. Auch, dass man darauf achten muss, auch als Eltern kleiner Kinder, dass die Kinder genug kriegen. Denn es kann sein, dass sie Mangel entwickeln, den ich nicht sehe. Das finde ich auch sehr wichtig. Also viel Aufmerksamkeit und der Appell an die Politik, da finanziell auch nachzurüsten und Schulessen bereitzustellen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war eine große Ehre für uns und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Also es hat mir nicht mehr Spaß gemacht, sondern ich bedanke mich dafür, dass Sie das Thema mal aufgegriffen haben. Denn der verborgene Hunger ist auch deshalb verborgen, weil sich keiner drum kümmert. Wenn Sie, liebe Hörer, noch mehr zu diesen Themen wissen möchten, schauen Sie in die Informationen zu dieser Folge. Da haben wir noch Links und Tipps für Sie. In der nächsten Folge dreht sich dann alles nochmal um die Frage, ob Ernährung heilen kann und wenn ja, welche Krankheiten mit Ernährung zu beeinflussen sind. Was erwarten wir alles von Essen? Und wird die Ernährung nicht mit Heilungserwartungen überfrachtet? Es wird also wieder spannend. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ich bin Johanna Beyer und ich freue mich, wenn wir wieder hier sprechen können. Bis dahin. Tschüss und genießen Sie Ihr Essen.